Sergeant Stuby war der am höchsten ausgezeichnete Hund des Ersten Weltkriegs und der einzige, der in den Rang eines Searschans erhoben wurde. Jugend Stuby war ein Bull Terrier-Mischling, der einige Wochen alt, 1917 auf dem Campusgelände der Universität Yale als Streuner John Robert Conroy zu lief. Als dieser als Soldat nach Frankreich musste, schmuggelte er den Hund an Bord der USS Minnesota. Militärdienst Stuby diente 18 Monate in der 102. Infanterie, 26. Division in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, nahm dabei an vier Offensiven und 17 Schlachten teil. Er wurde mit vielen militärischen Orden ausgezeichnet. Diese trug er an einem Halsband, das die Frauen von Chateau Thierry für ihn gefertigt hatten. Stuby lernte, seine Einheit vor Giftgasangriffen zu warnen und verwundete Soldaten im Niemandsland der Schlachtfelder ausfindig zu machen und war in der Lage, das Herannahen einer Artilleriegranate früher als seine Einheit wahrzunehmen und entsprechend laut zu geben. Er stellte sogar im Alleingang einen deutschen Spion. Stuby wurde einige Male verwundet und lernte eine Art Salud. Späte Jahre, 1922 bis 1923, besuchte Stuby mit John Robert Conroy die Georgetown University und wurde das Maskottchen der Leichtathletikmannschaft. Er verstarb am 16. März 1926 in den Armen seines Besitzers. Stuby wurde später präpariert und ist heute gemeinsam mit der Brieftaube Chea Army im National Museum of American History des Smithsonian Museums. Ausgestellt Orden und Auszeichnungen Zu Kriegsende traf Stuby Präsident Woodrow Wilson und schüttelte seine Hand. Er erlangte recht große Berühmtheit und marschierte in vielen Paraden mit. 1921 erhielt er die Special Gold Medal von General John Pershing für die an seinem Vaterland geleisteten Dienste. Weitere Orden 3 Service Stripes Yankee Division YD Patch Orden von Fadun 1 Stone Annual American Legion Convention Medal Minneapolis, Minnesota NOV 1919 New Haven WW1 Veterans Veterans Medal, Medaille Commemorative de la Guer 1914 bis 1918, St. Michael Kriegsmedaille, Woundstripe, wurde 1932 durch das damals wieder eingeführte Purple Heart ersetzt. Chateau Thierry Kriegsmedaille, 6th Annual American Legion Convention 5-2-Drips-Ton-Jetons-Laps,ícia-Sie-Ambี่ of theуетz-Purrent Center for Regarde ich bin. 5-3-Win-E-Handels-Laps,ícia-Sie-Amb desses 3-4-4-86-7-Win-Vent-Allege von Regarde ich bin. Vielen Dank.